Hallo Leute, wir sind gerade in Ebel, in unserem alten Proberaum. Wir ziehen jetzt ein paar Kilometer weiter nach Wüllen in einen schönen Proberaum, den wir glücklicherweise für uns entdecken konnten. Und packen gerade die ganzen Sachen hier zusammen. Macht total Spaß. Ja. Aber wir sind so gut wie fertig, würde ich sagen. Im Kopf zumindest. Sind wir so oder so alle fertig. Dann geht es rund und dann greifen wir an. Und wir nehmen euch natürlich jetzt ein bisschen mit. Auf zur neuen kreativen Stätten. Yes. Auf Wiederschauen. Buuu. Oder die Leni. Aber die Koffer sind ganz gut. Schön Leni. Und dann gucken wir mal, wo ist denn unser Proberaum, Alter. Heute ist Einzugstag. Mal gucken, wo der neue Raum ist. Markus, kannst du kurz erklären, warum du das jetzt machst? Was das ist? Wir demontieren unseren alten Gumbucket-Blumenkübel, um neues Gumbucket-Material zu pflanzen. Zeig uns mal die wunderschöne Gumbucket-Sing-Pflanze nochmal im Ganzen. Mit ausfahrbaren Seroa. Hübsch. Den hab ich gebastelt. Den hab ich gebastelt. Den hab ich gebastelt. Das merkt man auch, der geht nicht mehr auseinander. Oh, Schlochblitz. Oh, so, 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 rei. Ist ja dies. Es geht doch gar nicht mehr an, oder? Oh, bin ich hier gelandet. Ha, 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 ha. Das ist er auf jeden Fall nicht. Oh, das ist ganz heiß. Wunderschön. So wie ich. Tschüss. Das kommt mir bekannt vor. Ich würd sagen, gefunden. Moin, ihr Wichser. Habt ihr die Scheiße drinne? Fast. Wir haben dir die schwersten Sachen noch aufbewahrt. Genau. Ja, ha, ha. Jetzt geht's. Er macht schon wieder heimlich Videos hier, ne? Moin, ihr Penner. Malzeit. Ab hier kann man schieben. Soll ich sagen, schieben, schieben. Schibo-Café. Schibo, frischer Schibo. Hallo, hola. Como estas? Como estas? Ah, muy bien. Zack. So schnell ging's. Und schon an einem neuen Probenraum. Blink. Fast eingerichtet. Unglaublich. Das ist so geil hier. Das wird so geil hier. Ich glaub, wir haben hier einen richtig geilen Schnapper gemacht. Kinder, uns fällt hier die Kinnlade regelmäßig runter. Es ist gerade schönes, gemütliches Kuschellicht. Putzlicht lassen wir jetzt mal aus. Aber da hinten, da wo der Stefan lang geht, schaut mal. Was glitzert denn da? Nicht der Stefan? Doch, der glitzert auch. Aber, ui, was ist das denn? Wie viel Platz? Der hat wieder den Glitzerstaub an. Holy Lord. What the? Whoa. Ihr bekommt jetzt noch mal ein paar Bilder zugespielt. Wir sind sehr zufrieden. Die erste Probe wird auch bald stattfinden. Und dann ist hier aber sowas von, mein Gott, weiß ich auch nicht. Da fehlen mir die Worte, ne? Hahaha. Ho-ho-ho-ho-ho-ho Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho so leute wir haben alles aufgebaut wir haben alles verkabelt wir haben soundcheck gemacht so und nächste woche ist erste probe dann sind wir alle komplett wir sind ein bisschen aufgeregt es ist richtig schön ist unser neues wohnzimmer ja freuen uns einfach und schauen wir mal was wird schauen wir mal was wird sagt er ich glaube es ist ganz cool geworden kann was aber kann was kann was sexy aus wir sind alle extremst gespannt wie sich die neue schießbude von unserem klöppel johann neuer raum neues klick liebe grüße an alle ja 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 und 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 ja